Okay ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit, dass wir das Thema Jurassic Park bzw. Jurassic World 4 oder auch Jurassic City noch einmal ausgraben. Denn es gibt wirklich gute News, zum Teil erstaunliche News und auch Gerüchte, die einen dann doch so ein bisschen, naja, an dem zweifeln lassen, was Hollywood da als nächstes vorhat. Wir sprechen jetzt hier in diesem Video über alle Neuigkeiten zum kommenden Jurassic Film, der im Jahr 2025, genau genommen im Juno, in den Kinos laufen soll. Viel Spaß mit dem Video. Okay fangen wir vielleicht mit genau der News an, die wir jetzt schon zu 100% bestätigen können. Die News, die mir wirklich das Herz hat erwerben können. Der neue Jurassic Film wird definitiv offiziell bestätigt nicht Jurassic City heißen. Und ich meine, ey, ja, einige von euch haben auch recht, wenn sie schreiben, ja Tobi, der Name ist jetzt aber erstmal so zweitrangig für die ganze Nummer. Ich denke mir allerdings, dass der Titel eines Films, genau wie auch bei einem Buch, immer auch ganz subtil auf das eingeht, was dann eben später der Inhalt ist. Das macht natürlich auch Sinn und von daher haben wir uns ja auch schon so eine Jurassic City Storyline irgendwie selber zusammengesponnen. Es gab Theorien und das hat sich irgendwie alles nicht so ganz geil angehört. Und jetzt können wir eben sagen, nee, das Ding wird nicht Jurassic City heißen. Lass uns nochmal kurz ein Beispiel von der Namensgebung her bringen. Was ist, wenn der neue Film jetzt zum Beispiel Jurassic Islands heißen wird und sich um die fünf Tode handelt? Beziehungsweise mit den fünf Toten beschäftigt. Da wäre der Titel doch dann wesentlich interessanter als jetzt ein Jurassic City. Und ja, ich muss wirklich sagen, ey, Jurassic Era ist ein geiler Titel, aber Jurassic Island, habe ich vor kurzem erst gelesen als Theorie, als Idee, finde ich den geilsten Namen, macht einen Jurassic Island Film und zeigt uns, was auf den anderen Inseln ebenfalls noch vor sich gegangen ist. Des Weiteren gibt es Neuigkeiten zum Hauptdarsteller des Films, beziehungsweise zur Hauptdarstellerin. Auf jeden Fall wurde jetzt Scarlett Johansson die Hauptrolle im neuen Jurassic Film angeboten. Bisher nur angeboten, sie hat noch nicht Ja gesagt, allerdings würde sie darauf eingehen. Da werden jetzt noch ein paar Verhandlungen wahrscheinlich getätigt werden, was das Gehalt angeht. Sie wird das Skript noch zu lesen bekommen. Und wenn Scarlett Johansson sagt, ja, finde ich cool, würde ich auf jeden Fall machen, dann können wir uns darauf freuen, dass sie nun die Hauptrolle in den kommenden oder zumindest im ersten der kommenden Jurassic Filme übernehmen wird. Und meine Meinung dazu ist, finde ich sehr geil, denn Scarlett Johansson ist, ob Leute es jetzt hören wollen oder nicht, für mich ist es einfach ein Fakt, Scarlett Johansson ist eine umwelten bessere Schauspielerin als das, was sie in den unsäglichen Marvel Filmen gebracht hat. Und ebenfalls ist sie auch eine bessere Schauspielerin als ein Chris Pratt. Wir können uns also in den nächsten Tagen auf große News freuen, denn, naja, der Dreh des Films soll ja jetzt im Juli 2024 beginnen. Das heißt, sie haben gar nicht mehr allzu lange Zeit mit dem Cast und deswegen werden wir jetzt nach und nach immer mehr eine Verfestigung dieses Filmmaterials bekommen, bis wir dann möglicherweise am Ende des Jahres vielleicht schon einen klitzekleinen Teaser erhalten werden, was uns denn dann wirklich erwartet im neuen Jurassic Film. Nennen wir ihn einfach Jurassic Island, im neuen Jurassic Island Film. Ich prophezeie es jetzt hier einfach mal, der uns 2025 in den Kinos erfreuen wird. Kommen wir jetzt zu den schlechten News. Natürlich machen wir einfach das Negative zum Schluss. Ihr seid jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gehypt. Das Ding heißt nicht Jurassic City. Scarlett Johansson ist auch eine coole Socke, eine gute Schauspielerin. Ihr habt auf jeden Fall total gute Laune und denkt euch, ja, Jurassic ist zurück. Also kommt jetzt noch eine Nachricht, die euch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen wird und euch den gesamten Tag vermisst. Es wurden jetzt erste Leaks bekannt gegeben, was denn das Drehbuch von David Köpp so im, naja, im Gesamtkonstrukt wiedergibt, was den neuen Film betreffen soll. Und erneut, ich wiederhole es immer wieder, weil es ein, zwei Kandidaten da draußen gibt, die es einfach auf Biegen und Brechen nicht raffen wollen, dass Leaks nichts Offizielles sind. Allerdings sich immer wieder auch als richtig erwiesen haben. Gucken wir uns einfach mal Godzilla Kong an. Ich meine generell, die Monster-Verse-Filme, die sind nie wirklich gut geschützt, was Informationen angeht. Da kann man, glaube ich, jeden Film oder konnte man einfach jeden Film vor Kinostart komplett tot erklären. Und auch in Godzilla Kong stimmen die meisten Leaks einfach. Und darauf werde ich noch in einem anderen Video eingehen zum Thema Godzilla Kong. Auf jeden Fall hier deswegen, wir gehen einfach mal darauf ein und dann können wir uns selber ein Bild davon machen, was wir davon halten. Das ist jetzt wieder wie Strölingers Katze. Die Theorie oder der Leak stimmt gleichzeitig und stimmt eben auch nicht. Solange bis wir dann eben den ersten Trailer beziehungsweise eben den Film gesehen haben. Laut diesem Leak, der ebenfalls von Jurassic Outpost geteilt wurde, einer sehr zuverlässigen Quelle, die allerdings auch keine eigene Meinung dazu preisgegeben hat und, naja, ebenfalls auch klarstellen, dass das hier nur eine Theorie ist und ein angeblicher Leak. Laut diesem Leak soll sich die Story allerdings um eine Rettungsmission handeln. Eine Rettungsmission, die erneut auf der Isla Sorna spielen soll. Und hier ist schon mal die Frage, warum Isla Sorna? Ich meine, wir haben ganz viele andere Inseln noch. Die sind natürlich nicht bewohnt, scheinbar. Oder laut dem offiziellen Kanon wurden ja diese Insel von John Hammond einfach so mitgepachtet. Das ist allerdings sehr komisch. Darauf könnte man doch jetzt eingehen und eben mal die Frage stellen, warum hat er die Inseln mitgepachtet? Hat er da vielleicht doch irgendwas gemacht? Das wäre eine clevere Geschichte. Aber laut diesen Leaks gehen wir eben zurück auf die Isla Sorna. Und auf der Isla Sorna sollen weiter Forschungen betrieben werden. Allerdings soll hier ein gewaltiger Unfall passieren, weswegen eine Rettungsgruppe oder eine Rettungstruppe, Entschuldigung, auf die Insel fliegen muss, um eben die Zivilisten und eben die Forscher von der Insel runter zu schaffen und eben zu retten. Wer jetzt denkt, das Ganze hört sich aber sehr stark nach irgendwie einer Vorgeschichte an. Das könnte auch der Harry, Ken, Clarissa sein als Geschichte. Ja, aber scheinbar soll das Teil irgendwie noch nach Jurassic World Dominion spielen. Obwohl es da ja auch nie offizielle Aussagen zugegeben hat. Aber das ist auf jeden Fall so der grobe Plot, der jetzt angeblich geleakt wurde. Die Hauptfigur in David Coeppes Geschichte war zuerst allerdings als eine männliche Hauptfigur, als ein männlicher Protagonist angedacht, der von den Charakterzügen her, naja, wie John Wick hätte sein sollen. Und das ist wirklich so eine Sache. Jetzt macht es für mich auch Sinn, warum man gesagt hat, okay, wir wollen jemanden wie einen David Leitch als Regisseur haben, der den Posten ja dann doch nicht bekommen hat, der aber eben bekannt ist für seine Actionfilme. Denn scheinbar soll der neue Jurassic Film laut diesem Leak sehr starken Fokus auf Action legen. Und wir sollen auf jeden Fall einen Actionprotagonisten bekommen. Das Ganze wäre jetzt hier mit einer Skala Johansson, wenn sie die Hauptrolle annehmen würde, naja, immer noch umsetzbar. Denn auch sie ist ja auch für ihre Actionrollen bekannt. Also die hat das auf jeden Fall drauf. Und man müsste hier eben einfach nur die männliche Rolle in eine weibliche Rolle umswitchen. Und auch das würde wieder funktionieren. Also die Grundessenz und die Grundidee, dass der Film mehr in Richtung Action geht, macht weiterhin Sinn. Und wir haben uns das Ganze ja auf Twitch angeschaut, die gesamten News. Und ich kann dir echt nur empfehlen, schau einfach mal auf Twitch vorbei. Da schauen wir uns jetzt regelmäßig live die neuesten News an und quatschen dann da eben auch mal drüber. Und ja, du kannst da gern mitdiskutieren. Wir haben uns das Ganze angeschaut. Und ich habe mir bei der letzten News dazu gedacht, bei dem letzten Leak, das geht schon wieder in eine ganz blöde Richtung. Und da sage ich auf jeden Fall gleich noch was dazu. Deswegen jetzt auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. In dem Leak soll es nämlich ebenfalls darum gehen, dass man relativ zu Ende des Films, das, ey, es kann ein Spoiler sein, aber irgendwie, ne, ist noch ein bisschen früh jetzt dafür. Ich rede da gleich nochmal genau drüber, warum ich glaube, dass wir das nicht so ernst nehmen sollten. Und der Leak behauptet, dass wir am Ende des Films dann herausfinden, dass die Gruppe, die Spezialeinheit, die eben die Forscher von der Insel schaffen sollen, dass die eigentlich gar nicht auf der Insel ist, um die Forscher in Sicherheit zu bringen, sondern um ein Dinosaurier-Mensch-Hybriden-Embryo von der Insel runterzukriegen und sicherzustellen. Und auch hier mag man jetzt erstmal meinen, ah, was für ein Quatsch, das wird nie im Leben passieren. Denn wisst ihr noch, wie Jurassic Park 4 hätte ursprünglich aussehen sollen? Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Wir hätten ursprünglich Menschen, Dino-Hybride, naja, bekommen sollen. Und auch Jurassic World hat immer wieder Dinge aufgegriffen, die entweder mal verworfen gewesen sind, die im Buch angerissen wurden, oder, naja, also generell solche Konstrukte mit eingeführt, wie Hybride. Das kommt ja nicht einfach von irgendwo. Die Idee, die gab es schon wesentlich früher. Warum ich allerdings glaube, dass wir hier nicht wirklich einen Leak bekommen haben, ist genau die letzte Information. Mit einem Mensch-Dinosaurier-Hybriden. Denn David Coepp selber hat gesagt, dass er in seinem Drehbuch komplett auf Hybride verzichtet hat. Wir werden im neuen Jurassic-Film keine Hybriden mehr sehen. Wir werden Dinosaurier sehen, echte Dinosaurier. Wir werden zurück zu den Wurzeln, zurück zum Ursprung kehren. Man weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern dann da doch wieder ein Filmstudio reingeredet hat. Allerdings haben die ja nicht mehr allzu viel Zeit, jetzt großartig irgendwas umzuschreiben. Ich glaube allerdings dann eher an das, was David Coepp selber von sich verlauten lassen hat, bevor wir da jetzt eine andere offizielle Aussage davon bekommen. Und er hat eben gemeint, nein, wir werden keine Hybriden im neuen Jurassic-Film zu sehen bekommen. In dem Fall kann man das alles natürlich jetzt wieder anzweifeln. Wir werden dann im Endeffekt früher oder später, spätestens nächstes Jahr sehen, was jetzt hier von alles eingetroffen ist und was nicht. Und ey, von mir aus könnt ihr das mit der Insel beibelassen. Das hört sich an einer ganz coolen Geschichte an. Vielleicht bekommen wir wirklich irgendwas von Harry, Kane, Clarissa und die ganze Nummer spielt wirklich nicht nach Dominion, sondern irgendwann zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 und auch den gewaltigen Action-Anteil, der hier geleakt wurde angeblich. Da wäre ich auch noch nicht ganz so skeptisch, denn auch der zweite Jurassic-Park-Film wurde damals beworben mit mehr Action. Da gab es wirklich Plakate. Und ich meine, wenn das die Action ist, die wir in The Lost World, Jurassic Park 2 gesehen haben, dann bin ich damit auf jeden Fall cool. Ich brauche allerdings jetzt kein Jurassic World Dominion 2.0. Das wäre dann doch wieder blöd. Jetzt könnt ihr euch einfach selber ein Bild machen. Was haltet ihr von diesen Theorien? Schreibt mir in die Kommentare unten rein, was ihr denkt, wenn das Ganze eintreffen würde und ob ihr überhaupt glaubt, dass das irgendwie stimmen kann. Habt ihr vielleicht andere Sachen gehört? Schreibt es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.